Neue Folge Kurzimor, zusammen mit dem E.A.Z. What's up, what's up? Neue Location, House of Maze, überall hat Scams, überall versteckte Kameras. Ich freue mich, weiss wie fest. Und der hinter uns freut sich auch sicher. Ey komm, bring uns auch hin. Ich schaue dort durch, auf einmal läuft Yanny rein. Bro, wir mussten Yanny platzieren, damit du dich wohler fühlst und damit in der Hoffnung, dir mehr zutraust zu machen mit ihm. Ja, geil, hier so in der Mixer. Nimm das Wasser von der Rose, und giesse es ihm rein. Jolda, einmal bitte ganz laut. Husten. Geht's? Hast du Wasser? Stell dir meine Karte vor. Steh auf und schaue die Karte an. Steh auf. Lauf im Rest dich um und studierst. Lauf schnell auf die andere Seite und wieder zurück. Und schaue die Karte dabei an. Ektisch. Ektisch. Wir treiben nicht. Du jetzt einmal nach hinten, schaue den Tisch hinter dir und schaue ihn einfach 3 Sekunden an. Und wieder führen. Einmal ganz umdrehen. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Zwei. 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 Droi. Brother, Paul. Oh! Komm! Noch ein bisschen, ist gut? Ja, ich bin gut. Ich bin ja vegan. Ich bin schon so vegan. Jetzt schaue ich mit dem Kerbchen so noch einmal hinter. Hey, hört auf jetzt! Du siehst, links von dir sind zwei junge Damen. Jetzt stehst du auf und nimmst einfach die Rosen vom Rosenwasser weg. Braucht ihr die Rosen? Wir haben eben nichts mehr zu trinken am Tisch. Wir haben eben auch nichts mehr zu trinken. Was? Wäre es okay für euch? Danke. Ich glaube, das ist von mir easy genervt. Du hast den Tisch jetzt so viel mal angeschaut. Jetzt wird es Zeit, um dort her zu sitzen. Wieso hast du das immer wieder angeschaut? Wieso du das immer wieder angeschaut hast? Hey, gut, Jungs. Jetzt kommen wir da. Easy. Trinkt ihr das Rosenwasser noch? Trinkt ihr das noch? Ah, ist gut. Ein bisschen in den Sieb. Und gurgeln. Ja, gurgeln. Ja, gurgeln. Nicola Abrolange, oder? Sag, du bist am Hocken breiter als ich, weiss nicht. Du bist schon breit am Hocken, ich sage dir ehrlich. Breit am Hocken? Aber breit, Bruder. So breit? Nicht. Joldas, steh auf und nimm dem Kollegen Thomas weg. Bruder, ich nehme ein. Stopp. Nimmst du das? Nimmst du das? Ähm... Joldas, steh auf. Gib ihm zurück den Pommes, die du im Gas hast. Also, Jungs. Ich begleiche auch meine Schuhe. Ich werde nur noch einmal meine Schuhe begleichen. Einfach, Bruder, nicht, dass es zu heiß ist. Ich kann nicht zurück, Jungs. Ich küsse eure Herzen. Ich bin sehr gefüllt, Bruder. Krass, Bruder. Du im Pommes, kommst du auch an, Bruder? Ich küsse deinen Herzen, Bruder. Nimm, nimm. Schattenbox, ey. Schattenbox, ey. Schattenbox, ey. Ich habe ihn vergessen. Du kannst es nimmern. Sie sind gestresst du. Gell? Sie sind gestresst du. Hey, schau im Söhne, wir gehen mit dir. Hey, Moro, du wirst du was verdrug, damit es ist. Die zwei, die links sitzen, sage ihr sie zusammen. Ich zeige euch einen Zaubertrick und dann machst du den Bekannten mit einem Daumen. Du musst hingehen und sagen Miau und dann fängst du an. Also ich zeige euch jetzt einen Zaubertrick. Sie sind ready? Sag ein Rundi Applaus bitte. Ich darf nicht applaudieren sonst. Du Miau, du Miau. Miau. Miau sie an. Miau. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Scheisse Bro, man, die hat ganz komisch gerufen. Du hast dich voll verkackt. Geh sie nochmal gar miauen. Nein. Nein. Okay. Der Dino ist ein saftiger Goal. Bro, du hast jetzt so viel Essen dort bei der Juke. Nimm es mal so, ich stelle nochmal. Scheisse esse und warte die ganze Zeit. Wir sind auch schon bald fertig. Woh? Wolltest du deine Popes auch haben? Ich küsse dich essen. Hast du einfach nicht gegessen? Nein, nein, dann warte ich auf dich. Bruder. Nimm jetzt vom anderen Seite wieder. Der links von dir ist so rassig, Alter. Du magst nicht, Bro. Kannst du was? Ich weiss, wie du siehst. Schau, ich hab dich auf jeden Fall. Ich warte, du hast dich auf. Hast du recht, Bro? Ha, 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 ha! Er ist so dein Rosemass. Schau. Schau. Ich hab's gesagt, Bro. Ich hab's auch gesagt, Bro. Ich hab's auch gesagt, Bro. Er ist der Bro, der Coach. Ich hab's auch gesagt, ich sag dir nicht, ich hab Stress. Nein. Wo hast du Auto abgekommen? Wo hast du Auto abgekommen? Oh. Als ich von seinem Teller Essen nahm, legte er seine Hand väterlich auf mein Bein und sagte, ey, wenn du Hunger hast, sag. Ich hab's doch geschafft, dass er etwas hässig geworden ist. Bro, ich hab nur gewartet, bis er endlich ausrastet. Die Nummer ist so. Ja. Da merkst du einfach wieder auch den IQ in der Regie, oder? Das heisst so, ey, Bro. Nicht nur, dass du hinter schauen musst, du deine Kappe schräg an, so. Mach's so und schau ihn an. Geh zu dem vierten Tisch. Steil, Kappe schräg. Kratz dich mal am Nacken und dann, wenn du dich auf den Tisch anschaut, sagst du, bist jetzt sechs Jahre alt. Und dann läufst du weg. Und dann läufst du nicht, Bro. Ich muss jetzt sechs Jahre alt. Geh zu dem Schöpfer, Bro. Das ist so ein dumm Idee, ich weiß. Das hat mich immer noch auf. Aber das ist lustig, ich weiß. Gieferdus. Lass uns noch nachden. Ich bin 16 Jahre klein, yo. Ha, 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 ha. Geräusche. Oh nein, du guckst das mal. Ich finde, die beste Idee, ist wirklich, hey, wie könnten wir die Situation, und vielleicht noch schlimmer machen. Rose. Lass dich noch. Lass dich noch. Let's go, Bro. Let's go. Yes. Kiefer draussen. Lass mich draussen, Mann. Kann ich euch Rose abholen? Nein, das war's. Ich schenke es dir. Sag jetzt etwas von dir. Sag du nicht. Null da nicht. Galotin. Fyよねga. Vielleicht ich eine 1'-Rote. Jetzt bleib einfach estas, bleib einfach estas. Ich sag:"Hör aufs Sufe!" Aber einfach etwas, Jungs. Hör aufs Sufe! So jetzt die Damen die charmante Seite auch neu an der Kranke. Mit der Rose im Mund kommst du zu einen und sag... actually with the browser Actually, lets get that one try this. The last one. Is this the last one. Ich habe es immer noch geniessen. Ich war einfach halb-schnitt in der Nähe. Okay, jetzt schaffe ich es. 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 Ich brauche einfach mal sehen, wie du so... Nein, Jungs, warte schon. Nein, warte. Nein, Jungs, warte. Nein, Jungs, warte. Let's go, let's go. Let's go. Nein, 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 nein. Mein Name, Michael. Woppa! Oh, mein Gott. Eineränderitus Eink bandaиться mit einem guten Morgen